Herzlich willkommen zu meinem heutigen Vortrag zum Thema digitale Infrastrukturen als Enabler für vernetzte Städte. Was ist das Potenzial von 5G für Smart Cities und was ist die technologische Basis von 5G-Systemen und die Anwendung im Smart City-Kontext? Mein Name ist Dietmar Lass. Ich arbeite für die Fraunhofer Geschäftsstelle des IUK-Verbundes und bin dort Forschungsmanager. Meinen heutigen Vortrag habe ich gegliedert in sechs Teile. Die ersten Punkte behandeln das Thema Smart City-Forschung aus Fraunhofer Sicht. Die nächsten Punkte bilden den Kern des Vortrags, die Gliederungspunkte 3 bis 5. Welches Potenzial haben neue Technologien zur Ertüchtigung städtischer Infrastrukturen und zur digitalen Transformation von Kommunen? Und schließlich, wie kann das Mobilfunknetz 5G der Stadt, also seinen Bürgern, den Unternehmen, die dort angesiedelt sind, den City-Managern, Neudeutsch, konkret Nutzen stiften? Und der Abschluss bildet der Punkt, welchen Beitrag kann Fraunhofer hierzu leisten? Zunächst ein paar Worte zu der Fraunhofer-Gesellschaft und dem IUK-Verbund. Fraunhofer macht angewandte Forschung für Industrie und den öffentlichen Sektor. Fraunhofer ist grundfinanziert vom Bund und vom Land und Fraunhofer besteht im Kern aus 75 selbstständigen Fraunhofer-Instituten, die über Deutschland verteilt sind. Und die F&E-Kompetenzen dieser Institute werden in acht Technologiegruppen gepoolt, den sogenannten Fraunhofer-Verbünden. Der größte dieser acht Verbünde ist die IUK-Gruppe. IUK steht für Informations- und Kommunikation. Dieser Verbund, für den ich arbeite, umfasst deutschlandweit 21 Fraunhofer-Institute aus dem weiten Feld der Informations- und Kommunikationstechnologien. Das heißt, hier mal auf dieser Folie konkretisiert, diese IUK-Technologien umfassen Internettechnologien, Softwareverfahren, Steuerungstechnik zur Anlagenautomatisierung, Bildverarbeitungsmethoden, Verschlüsselungstechnologien, Simulationsverfahren, Datenplattformen, Quantencomputer und 5G-Netztechnologien. Und die Schwerpunktbranchen dieser 21 Institute sind die öffentliche Verwaltung, die Sicherheitswirtschaft, alle Industriesektoren, Energie und die Medienwirtschaft. Zum Thema vernetzte Städte, mein zweiter Liederungspunkt aus Sicht der angewandten Forschung und Smart-City-Lösungen von Fraunhofer. Ich will jetzt nicht lange darüber philosophieren, was eigentlich smart bedeutet. In der Smart-City-Forschung hat man sich irgendwann geeinigt, dass man unter einer Smart-City eine intelligente, lebenswerte, resiliente, also widerstandsfähige und umweltgerechte Stadt versteht. Forschung zu Smart-City gibt es seit ca. 20 Jahren, seitdem City of Tomorrow ein gesellschaftlicher Megatrend ist. Und Fraunhofer hat vor zehn Jahren eine umfassende Smart-City-Studie, ein Forschungsprojekt gestartet, die sogenannte Morgenstadt-Initiative, wo unter anderem verschiedene Technologien untersucht werden, wie diese Städte smarter machen können. Diese Folie gibt einen Überblick über die verschiedenen Forschungsthemen und Projekte von Fraunhofer in den verschiedenen Dimensionen dieser Smart-City. Im Forschungsfeld Vernetzte Stadt, im linken Feld, wurden z.B. Projekte zur digitalen Infrastruktur, zu Verkehrsleitsystemen und zu autonomen Mobilitätsformen in der Stadt durchgeführt. Zum Themengebiet Intelligente Stadt gehören Technologien zur videobasierten Gebäude- und Verkehrsüberwachung und zum KI-gestützten Infrastrukturmonitoring mittels sich selbst organisierender autonomer Systeme. In das Forschungsgebiet sichere Stadt gehören Projekte zur zivilen Sicherheit und zur Resilienz städtischer Energieinfrastrukturen, die ja gerne mal Gegenstand von Attacks oder von Problemen werden. Und schließlich das ganze Thema Green. Projekte zur nachhaltigen Stadt drehen sich um die Verringerung des ökologischen Fußabdrucks einer Stadt. Luftgütesensorik, CO2-Monitoring, energieeffiziente Gebäude, Rechenzentren, Datacenters grün zu machen und auch die IoT-Systeme in der Stadt ressourceneffizient zu gestalten. Im Folgenden habe ich vier Folien dabei, die genau diese Felder nochmal illustrieren. Zunächst das Feld autonome Mobilität in der Stadt, also die Tesla-Cars oder autonome Shuttles zwischen den verschiedenen ÖPNV-Stationen. Dieses Technologiefeld Environment Recognition mit Sensoren und künstlicher Intelligenz. Da ist der Punkt, um ein autonomes Auto in der Stadt sicher zu betreiben, braucht es in der Regel mehrere solcher Sensor zur Umfelderkennung. Das sieht man da in diesem in diesem Schaubild mit den Punkten. Also optische Sensoren werden kombiniert mit Radar- und LIDAR-Systemen. Und der Computer, es gibt einen Computer im Auto, um die verschiedenen, die vielen Daten verarbeiten zu können. KI-Systeme, damit autonomes Fahren, Hands-off und Brain-off möglich ist. Und man braucht halt ein 5G-Netz, um jeglichen Zeitverzug bei der Datenübertragung zu verringern. Zweites Beispiel, Thema Verkehrsmessung, Verkehrslenkung mit Kamera- und Bildsensorik und Algorithmik, die integriert ist in die städtischen Infrastrukturen. Hier in dem Fall in die Ampeln, in die Lichtsignalanlagen. In anderen Anwendungen im Smart City-Kontext können das Litfaßsäulen sein, Straßenlaternen oder die Mobilfunkmeste. Also hier geht es um das Thema Car-to-X und Car-to-Car-Kommunikation. Letzter Punkt ist Thema Sicherheit, was sich bei Smart City, zu Smart City sehr, sehr eng gehört. Da möchte man in der Regel nicht so drüber nachdenken. Hier links dieses provokative Bild Never Waited Traffic Lights, weil die Ampel könnte gehackt sein. Also es geht um das Thema Sicherheitslücken in der Stadt. Ein Verwaltungsserver, der gehackt ist. Ein Router. Eine Industriesteuerung. Ein Herzschrittmacher im Krankenhaus. Also das sind die Problemfelder und der Hintergrund ist, dass die Funkkommunikation nicht verschlüsselt ist. Offene Backdoors, Default-Passwörter werden verwendet, keine Anti-Jamming-Software installiert und so weiter. Und das sind alles Felder, wo sich die Fraunhofer IOK-Institute drum kümmern. Schließlich das Thema 5G und sein Game-Changing-Potenzial. Und was ist eigentlich so ein 5G-Netz? Was ist die technologische Basis? Wir sind mittlerweile in der fünften Mobilfunk-Generation. Fraunhofer selber arbeitet schon an der sechsten Generation, aber in den Städten und in den Fabriken in der Stadt und auf dem Land wird aktuell ein flächendeckendes 5G-Netz verbaut, aufgebaut und auch im privaten Campus-Bereich. Also privat heißt jetzt, dass sich ein Industrieunternehmen ein eigenes 5G-Netz hinstellt. Das ist aber technologisch noch kein 5G, sondern eigentlich LTE, man spricht von Low-Band oder Mid-Band. Spannend für die digitale Gesellschaft und für die digitalen Industrien wird eigentlich erst der höhere Frequenzbereich. Das ist in diesem grünen Feld da abgebildet, weiter rechts. Man spricht von Millimeterwellen 5G, also die höheren Frequenzspektren, auf denen gefunkt wird, die gehen in Richtung Terahertz, man nennt das High-Band oder Millimeterwellen. Warum 5G? Reicht nicht 2G, 3G oder 4G? Nein, reicht es nicht, zumindest nicht für die Anforderungen von digitalen Fabriken und vernetzten Städten. Sonst können wir nicht so viele Devices und Menschen miteinander verbinden in der Zukunft und schon gar nicht zuverlässig, sicher und energieeffizient. Verizon, ein US-amerikanischer Mobilfunkbetreiber spricht von der Währung von 5G und das ist hier unterteilt in vier Felder und man sieht da drin letztendlich auch die SLAs, die Performance-Charakteristika. Will ich jetzt im Detail nicht darauf eingehen. Noch mal eine andere Sicht auf das Thema Nutzen für industrielle Anwender oder für die Stadt durch die 5G-Technologie. Einerseits ein performance-seitiger Nutzen und weitere Vorteile, also man kann es Indoor und Outdoor verwenden. Es ist wesentlich sicherer als 5G-LTE oder die Generationen davor. Es ist zuverlässig und durchgängig in der Konnektivität. Hohe Datenreite und große Bandreite, also man stelle sich halt ein Event in der Stadt vor, wo 10.000 Benutzer da sind, die alle gleichzeitig ihr Mobilfunk benutzen. Dafür braucht man ein höheres Frequenzspektrum. Dann missenkritische Anwendungen, schnelle Reaktionszeit und eine hohe Ortsgenauigkeit, eine hohe Positionierung von Scootern in der Stadt zum Beispiel. Wo stehen wir denn in dem Thema 5G-Infrastruktur in Deutschland? Ich will jetzt nicht über die Debatte zum Stand der Digitalisierung in der Bundesrepublik reden, sondern wirklich nur auf das 5G-Netz. Wie weit sind wir mit dem Rollout? Weltweit sind wir spät dran. Denn 5G-Netze, auch auf Basis von Millimeterwellentechnologie, gibt es schon lange in Asien, China vor allen Dingen und Südkorea und Amerika. Wir selber in Deutschland und Europa bereiten uns jetzt auf den Rollout ab 2023, 2024 vor und müssen jetzt neue Technologien erproben, denn diese Technologie wird eine ganz neue sein. Ich habe mal fünf Thesen zusammengestellt zur neuen Mobilfunkgeneration 5G. Es ist ein Game Changer, habe ich gesagt. Es entsteht nämlich ein neues Ökosystem mit neuen Spielern und die bisherigen Monopole und Locked-In-Effekte der Ausrüster, der Systemintegratoren wird aufgebrochen, auch durch das Thema Virtualisierung. 5G ist aber andererseits eine Chance für Wertschöpfung in Deutschland mit gesteigerter Wettbewerbsfähigkeit der Industrie und der Forschung. Stichwort technologische Souveränität, was du durch die Huawei-Debatte aufkam. Zweiter Punkt. 5G ist ein politisches Thema mit hoher medialer Aufmerksamkeit. IKT-Systeme wie solche 5G-Netze sind Teil der kritischen Infrastruktur mit hoher Vertrauenswürdigkeit der Komponenten. Und die Medien setzen aus meiner Sicht zumindest falsche Schwerpunkte. Sie vermitteln die Verfügbarkeit von 5G überall. De facto ist aber der Informationsstand auch im Business-to-Business-Bereich relativ gering. Dritter Punkt. Die schöne neue vernetzte Welt, also autonomes Fahren. Ubiquitous Computing, also Computer, Rechenleistung überall. Die digitale Fabrik, Remote Surgery, Precision Farming, ist nur möglich mit größeren Bandbreiten und in höheren Frequenzen. Und im Zuge des Netzausbaus für Frequenzen oberhalb von 6 GHz ändern sich die technologischen Anforderungen grundlegend. Die nächste Generation erfordert komplett neue Hardware und Software für die höheren Frequenzen. Small Cells, Millimeterwelttechnik, wie gesagt. Diese neuen Basisstationen ermöglichen echtes 5G mit Datenraten, mit hohen Datenraten in Echtzeiten, die sowohl im Campus als auch in öffentlichen Netzen verbaut werden können. Hierfür sind höhere Frequenzen nötig, die erst durch einen miniaturisierten Antennenaufbau möglich sind. Und diese Millimeterwellensysteme nutzen Frequenzen im 26 GHz Band, um die höheren Datenraten zu erreichen. Sie brauchen komplexe Antennenaufbauten, man spricht da von Massive MIMO und sie nutzen gerichtete Strahlen, um diese Daten zu raten, zu erreichen. Das nennt man Beamforming. Dritte These, fortgesetzt, diese neuen 5G-Module sind wesentlich kleiner als solche in den LTE- und 5G-Basisstationen des 6 GHz Band. Das heißt, die haben eine Größe, so ein Funkmodul. Man kennt ja diese großen Masten. Die sind so groß wie eine Streichholzschachtel und die können in der städtischen Infrastruktur ganz leicht verbaut werden. Das passt in jede Straßenlaterne, jede Basisstation, in jede Drohne, in jeden Industrieroboter, in jeden Gabelstapler kann es eingebaut werden. Und bezogen auf das Highband 5G ist der Informationsstand über technische Verfügbarkeit und Möglichkeiten natürlich noch wesentlich geringer. Die wichtigen Spieler arbeiten aber im Hintergrund an Lösungen und Geschäftsmodellen. Und wichtige Weichenentscheidungen müssen jetzt getroffen werden. Deswegen sind wir als Fraunhofer-Gesellschaft und als IOK-Verbund aktiv und wir entwickeln zusammen mit Partnern aus Industrie und Forschung diese neuen 5G-Systeme. Die ersten 5G-Hardware- und Softwaretechnologien für Highband sind verfügbar. Also dezentrale 5G-Cores, Basisstation, die miniaturisierten Antennen, Beamforming, Verfahren der Signalverarbeitung, Algorithmen und so weiter. Aber diese neue 5G-Technologie auf Basis von Millimeterwellen wird aktuell noch weiterentwickelt, um sie dann in Basisstationen oder in die Industriedevices oder die Straßenlaternen zu integrieren. Es müssen Use Cases erprobt werden und um diese dann idealerweise in Deutschland zu produzieren. Fünfte und letzte These. Fraunhofer organisiert zu diesem Zweck 5G-Anwenderforen mit Kommunen und Industrien zum Aufbau eines 5G-Ökosystems. Wir eruieren in diesen Anwenderforen den Anwenderbedarf für breitbandiges 5G in verschiedenen Branchen, in sogenannten Anwenderkonferenzen. Diese Anwenderkonferenzen sind quasi die Brücke zwischen der Technologie und den Nutzern sowie den Herstellern und Betreibern von 5G-Systemen. Also Betreiber, Telekom, Vodafone und so weiter oder die Campusnetzbetreiber und Hersteller eigentlich in der gesamten Wertschöpfungskette, die Hardware und Software machen, aber insbesondere natürlich die Systemintegratoren wie Ericsson, Nokia, Huawei und Co. Und hierzu baut Fraunhofer ein 5G-Partnernetzwerk aus Industrie, Forschung und Politik auf für Förderprojekte und Pilotanwendungen. Wie wird die 5G-Landschaft in so einer Stadt sein? Es wird weiterhin diese Makro-Sales geben. Die kennt jeder, dieses Bild in der Nähe von der Autobahn meistens. Aber in der Stadt? Kommen hinzu solche kleinen Antennen, solche kleinen Devices. Und diese neuartige Architektur für dichte mobile Infrastrukturen in der Stadt, das ist die Millimeterwellentechnologie. Und das ist Millimeterwellen-Hardware. Ein Frequenzspektrum über 6 Gigahertz. Hier nochmal, dass man sich das bildlich vorstellen kann, wie das aussieht. Wenn das an so einem Mast dran ist oder an einer Laterne und die 6 Gigahertz-Technologie mit bei der Wellenlänge 6 Gigahertz. Je größer die Frequenz, das ist Physik, desto kleiner die Strahler-Elemente. Und die Antennen werden kleiner. Das heißt, man braucht modulare und miniaturisierte Antennelemente und intelligente Software, um das zu verteilen. Also diese kleineren Module sind vielseitig einsetzbar und es erschließen sich wahnsinnig viele neue Anwendungsgebiete in der Stadt. Komme ich genau zu dem Punkt. Erstmal ganz grob eine Vierfelder-Matrix, wenn der Autor nicht weiter weiß. Anwendung von 5 G-Millimeter-Welle im Draußenbereich, ich sag mal im Stadion in einer Stadt, Indoor, in der Fabrik oder in der Verwaltung. Und man unterscheidet sozusagen das öffentliche Netz vom privaten Netz. Und das private Netz wird manchmal noch so als Non-Public-Network bezeichnet. Das sind die Campus-Netze. Hier mal ein Überblick über die Anwendungsbereiche. Smart City, Smart Country, Mobilität, Industrie 4.0, Energiewirtschaft, Gesundheit. Das sind so die groben Verticals. Hier nochmal untergliedert, was dann die Use-Case-Szenarien in den Einzelnen sind. Bei Industrie 4.0, also zum Beispiel Robotik und Automatisierung. Bei Logistik halt die Positionierung in der Supply Chain oder solche fahrerlosen Transportsysteme. In der Mobilität, hatte ich ja schon gesagt, aber vernetzte Ladestationen im autonomen Fahren. Smart City, komme ich gleich nochmal ein bisschen detaillierter. Also zum Beispiel Ad-Hoc-Antennen bei Großveranstaltungen. Oder eben die Verkehrsinfrastruktur digitalisiert am Flughafen, am Bahnhof, an den Häfen. Dann der ganze Bereich Versorgung. Das sind angefangen bei intelligenten Straßenlaternen bis halt zu Smart Grid Anwendungen. Bau natürlich, sowohl Hochbau und Tiefbau kann man auch mit Mobilfunk einiges erreichen. Und natürlich Gebäudesteuerung. Schließlich noch die Felder Landwirtschaft, Infrastruktur, Überwachung und Gesundheit. Landwirtschaft ist zum Beispiel das Thema Precision Farming, also sozusagen detailliert Saatgut, Wasser und so weiter auszubringen. Und dafür braucht man in der Regel Drohnenschwärme, die ein eigenes 5G-Netz aufbauen. Kommen wir jetzt zu dem Punkt, was sind Anwendungsfelder von 5G in den Smart Cities? Zunächst wieder ein Überblick über das Anwendungsspektrum entlang Energie, Auto, Verkehr, Sicherheit sind wieder die gleichen Felder. Und wir haben uns jetzt überlegt, ich hatte gesagt, wir nehmen uns diesem Thema an, sowohl von der Forschung und Entwicklung, aber auch von der Anwendung. Und deswegen organisieren wir diese Anwenderforen und man braucht natürlich die Use Cases. Wie kommt man an die eigentlich ran? Und dafür haben wir ein Format aufgesetzt, was wir Anwenderforen nennen, Bedarfsermittlungen, Zielgruppe, hatte ich schon gesagt. Die Anwender, die Nutzer von 5G-Systemen, aber auch die Betreiber und Ausrüster. Die diskutieren in einer Veranstaltungsreihe zusammen mit uns Fraunhofer-Forscher. Also es ist eine Veranstaltungsreihe und wir können das nicht alleine stemmen als Geschäftsstelle des Mikroelektronikverbundes, beziehungsweise des IOK-Verbundes, hier arbeiten beide Fraunhofer-Verbünde eng zusammen, sondern wir machen das zusammen mit Fraunhofer-Instituten, Fraunhofer-Strukturen, die nah an der Anwendung dran sind. Und für das Thema Smart City haben wir uns zusammengetan mit dem Fraunhofer-Leistungszentrum hier in Berlin, digitale Vernetzung. Und dann unterstützt uns noch die Fraunhofer-Zentrale so methodisch ein bisschen. Zurzeit sind drei solcher Anwenderforen geplant. Im kommunalen Sektor hat es schon stattgefunden im August, da werde ich gleich nochmal über ein paar Punkte erzählen dazu. Und demnächst sind geplant halt 5G in Industrie 4.0 und Landwirtschaft. Und wir haben das zweitägig organisiert. Wir haben die Stadtgesellschaft ins Boot geholt für dieses Anwenderforum Smart City. Also bezogen auf das Land Berlin, die natürlich eine eigene 5G-Strategie haben, eine Gigabit-Strategie. Wir haben die Betreiber mit ins Boot genommen, Deutsche Telekom oder Vattenfall Eurofiber, die das Netz ausbauen, die Berliner Zukunftsorte und die Eigenbetriebe und entsprechende Verbände. Und natürlich die Wirtschaftsförderung und die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe, die für den Ausbau von 5G in der Stadt verantwortlich ist. Die Veranstaltungsorganisation war eigentlich pures Multi-Stakeholder-Management. Wen lädt man zu so einer Veranstaltung ein? Breit und zielt zugleich. Und über die Partner, über unser Partner-Netzwerk, haben wir gezielt Hersteller, Betreiber und Anwender eingeladen. Wir haben, wie man das bei so einer Veranstaltung eben macht, wir haben eine Webseite aufgebaut, ein Anmeldeportal, Social Media beworben und wir haben einen Flyer dazu gemacht. Ergebnisse, wir haben auch mit modernen Methoden gearbeitet. Es kamen letztendlich sieben zentrale Themen raus. Sicherheit war ein großes Thema, zivile Sicherheit kann man überwachen, das Thema New Work, das Thema Campusnetze, das Thema Kleinzellenstandorte in der Stadt, also die nicht mit Glasfaser angeschlossen sind, ganz viele in der Stadt, wo kleine Antennen nötig ist und das Thema innerstädtische Logistik. Das waren so die Hauptpunkte. Ich will jetzt nochmal zum Abschluss ein paar 5G-Use-Cases in Smart Cities beleuchten. Eines ist das Thema Augmented und Virtual Reality. Das ist eigentlich ein Paradebeispiel, weil es sofort umsetzbar ist. Es ist ganz plastisch, es ist Digitalisierung zum Anfassen wegen der Brille oder man kann es auch auf dem Tablet machen. Da gibt es Anwendungen im Bereich Produktion und Industrie und Sicherheit. Aber vor allen Dingen eben auch im Bereich Smart City, sei es interaktive Museumsrundgänge oder Telepräsenz oder Zusammenarbeit zwischen Standorten. Hier nochmal etwas detaillierter, was die Anwendungen sind. Das Stichwort ist eigentlich der Remote Expertise. Also es wird halt sozusagen ein Fachmann über die Brille zugeschaltet, zum Beispiel bei der Infrastrukturwartung. Es können aber auch Assistenzsysteme oder fahrerlose Transportsysteme an Häfen sein. Und ganz spannend, und da zielt dieses Bild auch drauf ab, also New Work in den Coworking Spaces der Stadt oder der Verwaltung. Also Videokonferenzen mit Hologramm wie R2, D2 und Leia in Star Wars. Also so könnte die Zukunft aussehen. Video Analytics wird in Deutschland immer nicht so gerne gesehen, weil man an China denkt. Aber das kommt darauf an, wie man das gestaltet. Die Möglichkeiten sind da. Auswertung von Sensor- und Kameradaten. Und man kann zum Beispiel in der Stadt das Einhalten von Corona-Regeln messen. Also indem man Richtungen, Geschwindigkeiten, Richtungsänderungen und Dichten misst. Crowd Management, das ist eben zu keinem Chaos, wenn 80.000 Menschen aus Olympiastadern rausgehen oder eine Love Parade organisiert wird. Und Verkehrsbewegungen, das kann man alles mit Video Analytics machen. Oder das Thema letzte Meile, Service-Roboter, Foot Delivery. Da gibt es ein Start-up, das das entwickelt hat, so einen autonomen Roboter, der Blutkonserven oder in der Regel aber Getränke zu den Offices bringt. Letzter Punkt hatte ich gesagt, das Angebot von Fraunhofer in dem Bereich, 5G. Das Besondere an 5G war ja meine erste These, das Ökosystem bricht auf. Und wenn Sie Projekte mit uns machen wollen, wozu ich Sie ermutige, Smart City-Use-Cases mit 5G mit uns zu realisieren, brauchen Sie im Prinzip jemanden, der dieses Ökosystem zusammenstellt. Und wir sind dabei, qua unserer Kompetenz, die Sie in dem Kranz da sehen, zusammen mit Betreibern, mit den Device-Herstellern, mit den Systemintegratoren, ein gemeinsames Projekt mit Ihnen aufzusetzen. Wir haben das übliche Spektrum. Wir bieten natürlich Hardware- und Softwarelösungen an, aber wir bieten auch Systeme an. Wir organisieren solche Anwenderforen. Wir modellieren ein Energiesystem für die Stadt. Und natürlich sind die Verticals breit, aber wir reden ja über Smart City. Letzte Folie. Was sind die Schritte, um so ein Smart City-Projekt aufzusetzen mit 5G? In der Regel fängt man mit einer Machbarkeitsstudie an, Proof of Concept. Dann muss man sich für ein Geschäftsmodell entscheiden, wie man sozusagen das 5G-Netz aufbaut. Die Messe hat in Berlin hier einen eigenen Weg dafür gewählt. Und dann kommt man langsam in die Implementierung, Mitarbeiterschulung, Umsetzung. Und natürlich müssen ein bisschen Infrastruktur aufgebaut werden. Also diese Brillen müssen angeschafft werden. 5G-Equipment, Videokameras, eine KI-Plattform, je nachdem, wie performant das Ganze sein soll. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und sprechen Sie mich an für das Thema 5G und kommen Sie mit konkreten Use Cases auf mich zu. Vielen Dank.